herzlich willkommen zur let's play city skyline so weiter geht's hier wir haben hier eine autobahn ringsherum geführt und hier habe ich ja nur eine spur gemacht ich habe diesmal vor um diese kleine stadt hier zwei autobahnen drumherum zu führen ja ich werde hier ein bisschen umplanen und zwar kommt dass diese anbindung werde ich erstmal so da oben lassen das hier so ich darf eigentlich nicht so gut drauf sein dieser hater hat mich so getroffen ich finde sie lustig ich muss ja mal sagen es stört mich ja eigentlich absolut nicht weil die leute einfach schreiben sollen was sie wollen mir geht das richtig am a vorbei das kann ich euch ganz ehrlich so sagen das ist halt einfach so mich stört das überhaupt nicht was sie schreiben was nicht weil dann hätte ich ja schon längst aufhören müssen viele von euch wissen mein gedanke dabei aber genau das machen wir so den ganzen winter über hat man kein gehäte gehabt ja überhaupt gar nicht was wirklich richtig schön war und angenehm und der sommer geht los wo eigentlich alle leute gute laune haben sollten und das gehäte geht los mama ich hate es sind sommer geht doch nach draußen kinders ja und freut euch an dem schönen wetter da habt ihr mehr von als mich zu haten weil habt da sowieso keinen einfluss drauf weil ich bin schon immer gegen den wind geschwommen ob das sich lohnt oder ob sich das nicht rentiert ich mache das einfach weil ich es kann so Ob das schlimm ist? Nö. Das ist angenehm eigentlich. So, und jetzt müsste ich eigentlich hier eine zweite Spur nebenher ziehen. In die andere Richtung. Ich hätte diese versuchen sollen, da anzuschließen, ne? Nee. Weil das ist eine Spur, die nach da geht. Ich müsste... Jawohl. Gibt es eigentlich da, finde ich, auch ein Mod. Dass man die Straßen gleich besser nebeneinander bauen kann. Lalalalalalalalalala Boah, das sieht nicht schön aus. Aber das System könnte funktionieren. Tatatatatatatatatata. Könnte, muss nicht. Ja, das war bei Prison Art Attack habe ich ja jetzt so langsam wieder auf die Reihe gekriegt. So ein blöder Bug, Leute. Die Folge müsste ja heute draußen sein, wo ich das Problem geseitigt habe. So ein doofer Bug. Da geht man bei. Man deaktiviert die Küche. Man aktiviert sie wieder. und die Scheiße geht. Oh ne, was habe ich denn hier gemacht? Egal, das machen wir gleich. La 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 la. So. Ist ja logisch, ne? Aber da werden wir nur eine Brücke drüber kriegen, sonst wird es nicht funktionieren. Einen hoch, würde ich sagen. Das hätte ich gern. Einen hoch. Einen runter. Äh. Na, dann noch einen hoch machen. Okay, machen wir so. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So. Und jetzt muss es hier irgendwo ein Stück falsch sein. Aber warum? Was ist hier falsch? Die fahren in die Richtung. Ach, die sollen eigentlich in die Richtung fahren. Okay. Jetzt ist es wieder richtig. Ne. So. Jetzt müssen wir nämlich von unten nach oben bauen. Äh, hier war es. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Dann muss das hier ja auch alles weg. Oh, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Und das müsste dann auch alles weg. Aber so bauen wir halt mal ein bisschen um. So sieht das hübsch aus. Hübsch. Scheiße, was du gemacht hast. Moody. Okay. Von oben. Äh, von unten nach oben. No, aber doch nicht anschließen, mein Freund, ja. Anschließen. Ah, jetzt muss ich hier noch rumfummeln, oder was? Ich baue echt nicht schön, ne? Ich baue echt nicht schön, ne? Also, das muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Die geht nach oben. Also, die... Die geht nach unten, die geht nach oben. Nach unten, nach oben. Da ist ne Brücke. Wenn ich die da drüber kriege. Mal gucken. Oh, doch, geht. Warte mal. Ne, das ist falsch. Ganz runter, bitte. So. Da muss diese Spur hin. Ob ich das dann nachher noch ein bisschen ändern tue, das werden wir dann sehen. Oh, guck mal. Hm, das nennt man Wendeltreppe Autobahnfahrt. Schumier. Schumier. Miau. Oh, we are all right. Yeah. Hey. Das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Wir machen doch keinen Bahnübergang auf die Autobahn. Wie krank wäre das denn? Also das ist mir sogar zu krank. Okay, Verkehr nach da, das ist die. Okay. Jetzt müssen wir die irgendwie da rüberkriegen. Irgendwie, das wird schon klappen. Okay. Zack. Nicht schick, aber selten. So, jetzt sollte eigentlich nirgendwo ein Ausrufezeichen oder geschweige irgendwas anderes sein. Nein. Alles super, Ingo. Äh, dann können wir beigehen. Und das habe ich nämlich jetzt vorhin nämlich auch ganz kurz festgestellt. Äh, wie habe ich das vorhin gemacht? Das ging doch vorhin. Da habe ich das gemacht, hier. Jetzt ist es wieder klein. Ich will groß. Aha. So kann man das machen. Und wenn ich jetzt da hin drücke. Kannst du eine fette Autobahnausfahrt machen, oder was? Okay. Okay. Okay, 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 okay. Also man kann updaten, aber eine gewisse Art anders. Jetzt muss ich mal gucken, wie es jetzt hier mit meinen Toten aussieht. Anscheinend einigermaßen alles auf die Reihe bekommen. So, jetzt haben wir hier unsere Autobahn. Nicht hübsch, aber selten. Ja. Jetzt will ich mal überlegen, ob wir vielleicht so ein neues Autobahnkreuz vielleicht ausprobieren. Das ist der Kreisverkehr. Also das wäre ja eine normale Auf- und Abfahrt. So könnten wir oben noch eine Autobahn langführen, in dem Sinne. Aber ich kriege, glaube ich, keine Autobahn hier oben über die Stadt. Das habe ich nämlich auch schon drüber nachgedacht gehabt. Dass man sagt, okay, wir würden hier eine Autobahn über die Stadt führen. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Uns gehört zwar dieses Viertel hier noch. Dann müsste man hier halt so einen kleinen Kreis reinmachen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert, oder? Zeig mal her, du. So, wenn ich jetzt sage, scheißegal, hier voll hoch, ja? Oh, das geht echt. Das würde funktionieren, oder was? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, mal gucken, ob man hier wirklich so Zwischendinger bauen muss. Einmal da. Jetzt kriegen wir ein Problem wegen, was ist das? Universität. Gebäude verschieben. Universität. Universität. Kommt gar nicht so weit weg von der alten Position. Ne, das Gebiet gehört uns ja gar nicht. Leckt mich. Aber kann ich das jetzt da anschließen? Würde man das hinkriegen? Wenn ich sagen würde, ab da geht's runter. Leute, wenn das scheiße ist, dann reiß ich das wieder ab. Das ist mir eigentlich komplett Rille, muss ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Aber mich würde das gerne interessieren, wie man das hinbekommen könnte. Oder man lässt die oben. Man macht Abfahrten. Wenn ich jetzt sagen würde, mein Freund, wir machen dich so. Geht sowas? Ich weiß es jetzt nicht. Das ist jetzt einfach gerade mal. Sowas würde aber gehen. Es ist halt nur ein bisschen zu steil. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass sowas funktioniert. Gefälle ist zu steil. Also ich müsste ihn viel früher, oder ich müsste den, boah, da muss ich jetzt einfach ein bisschen testen hier. So wird er uns erlauben. Okay. Ich sage erstmal wieder vielen Dank fürs Einschalten bei City Skyline. Wir hören uns morgen wieder. mit denen. Tschüss.